Gaming-Hype, bin ich raus. Jetzt hoffe ich, dass wirklich die größten Boomer-Takes kommen. Jetzt hoffe ich wirklich, dass die größten, ich will die größten Boomer-Takes haben. Bei dem Gaming-Hype bin ich raus. Ich hoffe vor allem, es ist irgendein Hype, der schon seit drei Jahren nicht mehr existiert. Ich hoffe, irgendjemand sagt Pokémon Go oder so. Das ist das eine Mal, dass ich von das Etienne so ein Rare-W droppen könnte. Weißt du, wenn irgendjemand jetzt so Live-Service oder du kannst hier so richtig easy Wins abfahren. Irgendwie so Live-Service-Games. Aber ich weiß nicht, was ist ein Hype? Ist auch schon die Frage. Für manche Leute, ich meine, Fortnite, Roblox, definitiv ein Hype. Nicht in einer gewissen Zielgruppe, zu der ich mich zählen würde. Aber das wäre auch so. Da bin ich. Da bin ich raus. Mit hier der Reaction wird das RBTV-Me-Bild besser. Du meinst dieses Finde Mark Foster. Was ist im Moment? Ja, vor allem das ist die Frage. Sind das Sachen, die im Moment Hype sind? Sind das Sachen, die mal einen Hype gewesen seien? Erneut. Das ist so für mich wieder dieses Ich finde das Format wäre sehr viel besser, wenn man die Regeln ein bisschen wenn man das wirklich so erklären würde den Leuten. Und nicht jede Person darf ihre eigene Interpretation davon irgendwie machen. Weil ich finde, das ist wesentlich besser, wenn du ein festes Regelwerk hast, in dem Leute irgendwas für sich suchen müssen. Komm, Game Tool. Heuert mich einfach als Consultant oder so an. Weißt du, da muss doch irgendwie die Öffentlich-Rechtlichen müssen doch garantiert noch ein paar hundert Euro rumliegen haben im Monat dafür. Weißt du, machst du einfach einen Sketch weniger. Müssen irgendwelche Props nicht eingekauft werden. Das kann dann stattdessen an mich. Ich mache euch das Format gut. Ich weiß, wie das geht. Einfach kurz als Consultant anheuern. Weißt du, wir machen so zwei, drei kurze Meetings, brainstormen und dann regeln wir das schon. Ich habe ja schon gesagt, dass ich ein großes Problem mit Mario Odyssey habe und ich sehe da mittlerweile ein Muster, den ich merke, ich habe... Warte mal, das ist... Ach so, Gaming-Hypes sind... Oh, das ist... Oh. Warum schreibt man dann in den Episodentiteln nicht alle mögen dieses Spiel außer ich? Das ist doch wesentlich... Okay, egal. Aber gut, dann wissen wir sie. Das ist, glaube ich, eine einfache Regel befolgen zu können. Alle mögen dieses Spiel außer ich. Ich glaube, das kannst du nur verkacken, wenn du einen Titel nimmst, den wenig Leute mögen. Naja. Mario Odyssey. Zwei Klicks, Björn. Aber die Sache ist, ich finde, das würde... Das würde mehr geklickt werden als das. Ich finde den Titel bei diesem Gaming-Hype bin ich raus, finde ich wesentlich langeweiliger. Alle mögen dieses Spiel außer ich. Weil das ist... Das ist so was wesentlich, wo du... Wo du schneller kontrovers sein kannst. Wo du einfach irgendwie einem randomen Titel... So, was kommt jetzt? Etienne... Etienne und Colin nehmen einfach beide Metal Gear Solid 2 jetzt, oder wie? ...habe und ich sehe da mittlerweile ein Muster und ich merke, ich habe auch ein großes Problem mit Mario Kart. Ich finde, es gibt... Also, du kannst mich... Also, sorry, aber why? Also, wirklich, wenn ich freie Zeit habe, warum sollte ich eh ein Rennspiel spielen und warum dann... Also, wenn du eine Party machst und sagst... Hervorragend argumentiert. ...wir spielen Mario Kart, dann komme ich nicht. Und das ist so ein Safe Call für mich auszuladen, es mir zu sagen, ja, wir spielen Mario Kart. Was machst du mit Freunden denn? Ich unterhalten, oder was? Es tut mir wirklich leid und eigentlich mag ich die Reihe und alle meine Freunde fanden es geil, aber Zelda Breath of the Wild hat mir absolut nichts gegeben. Ich fand die Welt extrem langweilig, die Dungeons haben mir keinen Spaß gemacht. Das Writing von der Story fand ich kacke. Das spiel ich lieber noch mal mit Drawers Mice durch, als mich noch mal durch Breath of the Wild zu quälen. Das ist zumindest... Das ist zumindest begründet, weißt du? Kann ich deutschen Quentin Reviews auf jeden Fall folgen. Das ist so... Ich finde das Spiel großartig, aber wenn du eher ein traditionelles Zelda haben willst und für dich ist... Ich meine, ich werde nie verstehen, warum Leute irgendwie bei Zelda eine Story haben wollen, so als ob es die irgendwie jemals gegeben hätte, als ob irgendwie jemals ein Zelda eine richtige Handlung oder so gehabt hätte. Außer, hey, such diese Dinge, damit du den Bösewicht am Ende umnieten kannst. Hervorragend. Okay, alles klar. Ich meine, es gibt Setups, die interessanter sind als andere. So, ich finde eine Welt und das Setup von einem Link's Awakening oder so wesentlich cooler als bei anderen Sachen. Aber... So, außer Majora's Marks vielleicht? Aber ja, es ist trotzdem zumindest fair, wenn du sagst, okay, ich wollte das eher haben und das Spiel macht das und alle Leute lieben das, aber ich finde das nicht geil. Kann ich... Ist auf jeden Fall eine bessere Begründung als Mario Kart. Wer will Mario Kart spielen? Einfach argumentativ auseinandergenommen. Das war der letzte Tag von Tim. Sorry! Es gibt ein Spiel von einer großen Serie und eigentlich ist von dieser Serie nur die Titelmelodie geil. Wirklich, weil die hat einen Ohrwurm, ja? Aber diese ganzen kleinen Viecher, wer kann sich die merken? Dann diese ganzen Stufen, wie die sich entwickeln. Dann hast du da verschiedene Schere, Stein, Papier, Prinzipien und ganz ehrlich, habt Spaß damit. Ich gönne euch das. Für mich persönlich ist es nix, weil keine Skateboards in dem Spiel, nix los und dementsprechend geh mir weg, Pokémon! Wenn Leute einfach so krampfhaft versuchen, irgendwie lustig zu sein. Das ist immer... Ganz schlimm. Das Ding ist, ich spiele im Prinzip eigentlich keine Spiele, die ich nicht mag. Also ich spiele sie dann an und das war's dann. Kann ich nicht nachvollziehen. Sorry, da bin ich raus. Kann ich nicht nachvollziehen. Nur Spiele spielen, die man mag? Wer tut denn sowas? Dann würdest du ja niemals so was Großartiges wie Gollum erleben. Ich möchte mir eigentlich keine wirkliche Meinung bilden dazu, aber ich sag jetzt einfach mal World of Warcraft. Ja, ich hab's halt, keine Ahnung, zehn Stunden gespielt und ich war raus. Ich hab's tatsächlich vor Final Fantasy gespielt und Final Fantasy hat mich überzeugt. Also, sorry. Anyways, World of Warcraft. Ich persönlich mag absolut keine Rennspiele, außer sie sind so richtig casual-mäßig. Arcade-mäßig, also so ein Mario Kart natürlich, aber ist ja kein richtiger Funracer, ist ja kein Rennspiel. Ich meine, es ist so richtig so ein Gran Turismo oder so Formel 1 Spiele. Autofahren generell ist im echten Leben schon sehr langweilig. Warum sollte ich dann noch das Ganze virtuell machen? Ich finde das wirklich tatsächlich sehr langweilig. Außer es gibt viele Explosionen, ich kann die Autos kaputt fahren und andere mit Schildkröten abwerfen. Dann gut. für die absolute Transparenz... Ich meine, auch fair. Es ist mehr ein komplettes Teil vom Genre, aber fair. Die Album-Column ist real auf jeden Fall. Transparenz, möchte ich anmerken, dass das meine zweite Antwort ist. Die erste Antwort war vielleicht ein bisschen sehr kontrovers und kam auch nicht richtig vom Herzen. Also Hollow Knight kann ich gerade nicht spielen. What the fuck? Hollow Knight steht auch dahinter bei der Aussage. Deswegen nenne ich ein anderes Spiel und zwar Ghost of Tsushima. Ich liebe das Setting und spielerisch hat es auch schon durchaus was drauf, aber es hat eine offene Welt, die nicht funktioniert für mich zumindest. Es ist einfach nur Kulisse und bietet keinen spielerischen Mehrwert. Deswegen fände ich Ghost of Tsushima ohne offene Welt. Das wäre das Spiel, aber mit offener Welt ist es leider. Aber ist das wirklich so das Spiel, was alle, also wo ich dann Gaming-Hype oder so sagen würde? Ich hoffe jetzt, ich hoffe jetzt nicht, dass er andere Open-World-Games feiert, die dann genauso langweilig sind. Also wenn du dann sagst so, ja, Zelda, Breath of the Wild, okay, das ist dann geile offene Welt. Aber wenn du dann irgendwie so, ja, Ghost of Tsushima, da bringt mir die Welt nix, aber Horizon fand ich mega. Ja, so da. Ich fand, das war einfach so ein Titel, den alle Leute gut fanden, aber jetzt nichts, wo irgendwie ein Hype dabei war bei Ghost of Tsushima. Auch so bis heute ist so, ja, okay, das wird jetzt noch mal erwähnt, aber ist jetzt, glaube ich, kein Titel, wo halt der richtige Hype oder so dahinter war. Ich sag jetzt, ein Spiel von diesem Studio, aber eigentlich trifft es leider fast jedes Spiel von diesem Studio. ich sage Dishonored und damit eigentlich auch ein bisschen Arcane. Das sind so Spiele... Oh, Sebastian, tu mir das nicht an. Oh, jetzt sag nicht noch, jetzt sag Dishonored und dann Prey auch noch. bitte nicht. Spiele, die ich gerne wollen, mag, wollen, was? Ich hätte die gerne, gern, aber ich finde die leider immer alle... Also, Deathloop war mittelmäßig, war okay, sag ich mal, das hat schon ein bisschen Spaß gemacht, aber war okay, aber Dishonored, Alter, ich check das einfach nicht, das macht keinen Spaß, egal ob ich schleiche, ob ich Action mache, ob ich keine Ahnung was, über den Häuser, der hier hüpfe, das ist lame. Jetzt komm, komm, wir setzen uns mal, Sebastian, wir setzen uns einfach mal zusammen und dann zeige ich dir mal, wie man daran Spaß hat. Vor allem impliziert, es war jetzt nicht genannt, aber impliziert war ja auch noch Prey dann, außer er meint halt die Arcane-Titel von, was ist das Studio? Arcane Leon und nicht von Austin. Also, weil Prey kann ich, glaube ich, also kann ich relativ schnell die Faszination davon zeigen. Ah. Es tut mir leid, aber ich muss Final Fantasy sagen, ich kann mich nicht damit irgendwie... Einfach alle? Der ganze Haufen, alles davon, jedes einzelne, alle scheiße. Connecten. Ich weiß, das ist kontrovers und es wird von vielen gefeiert, aber keine Ahnung, gefühlt gibt es seit 20 Jahren über 20 Teile, ich habe den Einsprung irgendwie nicht geschafft, irgendwie hier zwischen zu steigen. Aber was ist denn, was ist denn für ein, also du brauchst doch keinen, du brauchst doch keinen Einsprung, die stehen alle für sich. Also ja, jetzt mit irgendwie Lightning Returns anfangen, obwohl kannst du eigentlich auch so egal wie die Storys in der 13er Trilogie ist, kannst du auch einfach entweder 13.2 oder Lightning Returns oder so anfangen. Aber es ist jetzt ja nicht so, okay, Final Fantasy X, 2, habe ich jetzt den Einsprung, den Einstieg nicht gefunden. Aber ansonsten kannst du doch überall mit jedem Titel doch irgendwie einsteigen und anfangen. Also das finde ich halt weird, irgendwie eine Serie, wo auch die Teile so unterschiedlich sind. Das ist jetzt nicht so, wenn du jetzt sagst irgendwie, ja, Dragon Quest kann ich nichts mit anfangen. Fair, weil okay, du hast hier und da mal eine andere Welt, ein bisschen was und eine andere Narrative, aber die Ästhetik der Spiele ist immer gleich, spielerisch sind die sicher auch super ähnlich. Aber so Final Fantasy, finde ich, da hast du so eine Bandbreite irgendwie dazwischen, dass das sozusagen, ja, kann ich gar nichts mit anfangen, finde ich weird. Macht irgendwie auch keinen Sinn, ist connected irgendwie gar nicht, obwohl ich weiß, dass es ja irgendwie ganz gut sein soll, aber irgendwie für mich, ich glaube nicht, dass das nochmal was wird. Ich weiß nicht mal, ob du jetzt, ob der überhaupt einen ausprobiert hat oder so. Ich weiß es nicht, weirde Antwort. Ja, ich bin bei Mario Kart und ich rede nicht vom Super Nintendo Mario Kart, das ist das einzige Mario Kart, das ich akzeptiere, aber alles, was danach kam, mit diesem Rubber-Band-Effekt, wo jeder unfähige Vollidiot noch irgendwie mitmachen kann an der Spitz, dann kriegst du acht Sterne und sieben hier Blitze und den blauen Panzer. Du fährst die ganze... Ich liebe gerade, dass die unfähigste Person aller Zeiten so ein Argument raushaut. das ist einfach, das ist einfach wirklich, also, mehr Projektion kann irgendwie gar nicht entstehen bei so einem Format. Ja, vor allem, ich wollte gerade sagen, Super Nintendo teilt die schlimmste KI von allen. Die ganze Zeit scheiße umgehst als Zweiter ins Ziel. Ich finde nicht, dass mangelndes Fahrkönnen am Ende belohnt werden soll. Was ist das für eine Pädagogik? Da mache ich nicht mit. Mario Kart, alles nach Super Nintendo ist scheiße. Fortnite. Fortnite. Scheiß auf Fortnite! Begründen? Ähm, Cartoon-Grafik. Die ist kacke? Ja. Ah, okay. Und beim Bilden. Genshin Impact. Einfach Deutschen die Humorkarte entziehen. Einfach so? Fertig. Für mehr müsst ihr bezahlen, leider. Aber ihr habt, wenn ihr 50 Mal bezahlt, dann habt ihr die Garantie, dass ihr dann eine Antwort bekommt. Die ist dann vielleicht nicht die, die ihr wollt, aber immerhin. Also es ist ja ein bisschen davon abhängig, ähm, mit wem man so rumhängt und was die Leute in dem eigenen Umfeld so gerne spielen. Und meine Freunde haben sehr gerne Mobars gespielt. Also League of Legends, Dota, etc. Ähm, und ich fand die witzig, so, das Spielprinzip ist okay, aber dass man das wirklich sechs Stunden am Abend zockt oder halt bis nachts, habe ich nie kapiert, weil es wirklich immer der gleiche Cycle ist und klar, man wird irgendwie gut und das Competitive Element daran ist interessant, aber, yo, das spielt man eine Runde und dann war es okay und dann reicht es. Also du könntest so, du könntest so viele Sachen bei, bei LOL kritisieren, aber zu sagen, warum spielst du, kann ich nicht verstehen, ein Spiel, was mir Spaß macht, immer einfach, ein lange zu, das kann ich, das kann ich nicht nachvollziehen, das verstehe ich nicht. Also du könntest so easy auch die ganzen toxischen Elemente und alles mögliche daran interessieren, aber stell dir mal vor, Leute spielen ein Spiel, weil sie Spaß daran haben. Crazy. Crazy. Weißt du, ich dachte, jetzt kommt halt, ich dachte, jetzt kommt wirklich irgendein, irgendein Argument oder so um die Ecke, aber, also ja, ein Spiel langer, das verstehe ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen, krasses Konzept, ja. Wie ich schon Tim gesagt hätte, also Tim, Tim, also Praktitim, also ne, ich würde mich da mit seiner Meinung ziemlich gleichsetzen und sagen, Final Fantasy, ich habe früher mal angefangen, habe dann aber auch irgendwie gemerkt, okay, ich bin nicht so reingekommen, dann war ich reifer, aber dann waren es sehr viele Titel und dann weißt du nicht, wie du anfangen sollst, alle sagen, ja. Ich muss mich, ich muss, ich suche gerade irgendwas, wo ich mich festhalten kann, weil ich scheinbar gleich nach hinten gezogen werde, in ein schwarzes Loch, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll bei Final Fantasy. Mit irgendeinem. Mit irgendeinem. Weißt du, ich bin, ich bin, ich bin der Typ, der normalerweise immer sagt, fang mit dem ersten Teil an, aber es ist Final Fantasy, es ist scheißegal. Es ist so scheißegal. Guck dir einfach die ganzen Spiele an, das, wo dich das Setting am meisten interessiert, das, wo dich das Gameplay am meisten interessiert, wo dich die Optik am meisten interessiert, die Musik, die Charaktere, whatever. Also das ist, das ist das einfachste Franchise, um einzusteigen, weil es so scheißegal ist, was du spielst. Die Sache ist, Krepper, dass 12.2 existiert. 12.2 existiert, und zwar auf dem, auf dem DS, Final Fantasy, was heißt das, Revenant Wings oder so irgendwie. Das ist an sich ein Nachfolger zu Final Fantasy 12. Aber ja, ich glaube, das Einzige, wo du blöd mit einsteigen kannst, ist 10. Aber du, selbst mit 10.2 kannst du theoretisch einsteigen. Das ist auch so, ich meine, ich würde es nicht empfehlen, damit einzusteigen, aber es ist so weird anders, dass es irgendwie auch geht. Ja. und dann habe ich Druck und dann spiele ich wieder andere Spiele, ich habe einen riesengroßen Pile of Shame, dementsprechend werde ich leider nicht mehr in Final Fantasy reinkommen, auch wenn es bestimmt geil ist, aber das ist leider nicht mehr meine Spielwelt. Aber das ist doch, das ist doch nicht, das ist doch nicht das, was am Anfang, ein Spiel, was alle mögen, nur ich nicht. Das ist doch nicht so, ja, ich habe jetzt irgendwie nicht die Zeit gefunden, da reinzufinden und habe das, habe das irgendwie nicht gespielt. Nimm einen Titel, der irgendwie eine 90er-Metacritic-Bewertung hat, den alle Leute lieben und du scheiße findest. Das kann aber wirklich nicht so schwer sein. Ich nehme da Bioshock, das habe ich, glaube ich, hier im Umfeld auch schon öfter mal gesagt. Bioshock fand irgendwie jeder geil und ich habe das dann versucht, auch zu spielen. Siehst du, siehst du, das ist zumindest, stimme ich nicht zu, aber das ist ein Spiel, ja, was die meisten Leute mögen und dann, ah, okay, ich finde es kacke oder ich komme, ich habe nicht reingefunden. Ich fand es halt gar nicht geil, vor allem deswegen, weil die Levels irgendwie immer so aufgebaut waren, man geht lang, dann spaltet sich der Weg und dann führt er sich wieder zusammen und ich hatte immer das Problem, die Wege abzuklappern und dann von Loot zu befreien, weil ich nie wusste, was ist der Hauptweg. Zweitens fand ich auch die Story nicht so gut. Okay, ich kann es, ich kann es verstehen, dass man das vielleicht ein bisschen zu anstrengend findet, immer diese großen Areale zu haben und du willst dann alles looten, was nicht wirklich so notwendig ist in dem Spiel, weil du eh nur eine maximale Anzahl von den gewissen Sachen tragen kannst, aber zumindest, wenn du jetzt die, keine Ahnung, so Collectibles oder so einen Scheiß auch finden möchtest, sind die ganzen Tonbänder. Aber nicht zu wissen, wo es lang geht deswegen, also ich weiß nicht, ob das, ob er es einfach seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt hat, weil du hast in Bioshock literally einen Pfeil oben. Du hast literally einen Pfeil oben, der dir sagt, wo es lang geht die ganze Zeit. Also in dem Spiel nicht zu wissen, wo irgendwie die Story-Progression ist, kann ich mir sehr schwer vorstellen. Du hast so geil erzählt mit diesen Tonbandaufnahmen, mich hat es überhaupt nicht gecatcht und ich fand es scheiße. Ich habe sehr lange überlegen müssen, weil mir echt nicht viel eingefallen ist, weil viele Sachen sind ja irgendwie gut und ich kann die Qualität nachvollziehen, ich finde es halt nicht so gut. Aber ein Spiel, was mich echt abfuckt irgendwie und ich nervig finde und auch gespielt habe und du finde, ist Far Cry. Also die ganze Reihe. Ich habe alle mal angefangen, aber es ist so belanglos und irgendwie so Vergnügungspark rumlaufen, Ludo-Narrative. Also Teil 3, ich meine Teil 2 ist auch ein Ubisoft-Spiel. Ich kann das bei den, bei Far Cry 3 verstehen, aber 2? Also 2 ist jetzt das Gegenteil von irgendeinem Freizeitpark, der du da durchläufst. Das ist ein Spiel, was dich aktiv hasst. Dissolanz ist da auch ganz strong bei dem Game und das irgendwie sinnloses Rumgeballere und Jahrmarkt-Action, ey, Far Cry kannst mich echt mitjagen. Grundlegend gibt es Spiele, die wirklich jeder geil findet, glaube ich nicht, aber eine Spielereihe, die sehr viele geil finden, ist alles, wo FromSoft draufsteht, Souls, Bloodborne. Kann ich nix bis anfangen. Ich hab's wirklich oft probiert, ich hab's fast bei jedem Spiel probiert. Elden Ring hab ich noch am längsten gespielt, da hab ich echt, glaube ich, so 20, 30 Stunden reininvestiert und da kann ich's auch verstehen, weil die Welt richtig geil ist und wenn man wieder was Großes entdeckt, das ist richtig fett. Aber vor allem die Souls-Spiele, ich bin zu weich, das nervt mich einfach. Skyrim. Ich hätte eine bessere Erklärung mir erhofft, ich mein, es ist schwer, ein 30, das I get it, so für sowas, aber es ist zumindest eine faire Antwort, wo ich sage, hey, das mögen sehr viele Leute oder zumindest die meisten, die es ausprobieren, sind da auch Hardcore-Fans von. Du hast mehrere Teile davon probiert und kommst einfach nicht rein, das ist ein faires Ding, ja. Ich hab echt lange überlegt, was ich sage, aber dann ist mir Skyrim eingefallen und ich fand's nicht scheiße, aber ich fand's halt einfach ... Sag ruhig Scheiße, das ist vollkommen fair. So overhyped. Also, ich weiß nicht, die Story hat gefühlt drei Stunden gedauert, ich bin halt ein Story-Mensch, so ein Nebenquest. Ich meine, also selbst die Leute, selbst die Leute, die Skyrim, ich mag Skyrim auch nicht, aber selbst die Leute, die Skyrim mögen, mögen, also, das ist ja, selbst in der Fanbase etwas oder so, du spielst kein Bethesda-Spiel für die Haupthandlung. Das ist so, das fängst du am Anfang an und dann ignorierst du das und machst irgendeinen anderen Scheiß. Das war ein ganz nice, Welt war auch ganz nice. Ich weiß noch, ich bin das erste Mal so auf den Berg gegangen, bin, nördlich der Drache. War geil. Als das dann nach einer Stunde zum 15 Mal passiert ist, war nicht mehr so geil. Also, es ist so, ja. Ich finde es einfach so unfassbar overhyped. Leute, What Remains of Edith Finch. Das Spiel ist nett. Es ist, es ist ein nettes Game. Es hat lustige Ideen und so. L-Take jetzt schon. Es ist schön, die mit das Haus und so, wie sie es eingebaut haben in die Story ist, ist alles nett. Aber Leute, alles, was dieses Spiel macht, wurde schon besser gemacht. Und dass das Spiel wirklich ... Okay, jetzt, jetzt brauche ich mal bitte die Spiele, die gerade die zwei Sequenzen, die gezeigt wurden, besser macht. Welches, welches Spiel macht diesen Abschnitt besser? Welches Spiel macht die, die Badesequenz besser, bitte? Ich glaube, teilweise über 90 Prozent hat Leute, was geht denn ab? Da merkt man einfach, was das Problem ist mit diesen Punktzahlwertungen. Ist natürlich irgendwie ein nettes Spiel, aber du kannst doch nicht über 90 Prozent geben. Spiel doch mal, wenn ihr geiles Writing haben wollt, Disco Elysium. Ich habe Disco Elysium nicht gespielt. Ich glaube gerne, dass das gutes Writing hat, aber ich glaube nicht, dass es im Annähernd vergleichbar ist, weil ihr das nicht durch solche Gameplay-Passagen narrativ was abgewinnen möchte. Also gerade die Szene, ich glaube, das ist der ältere Bruder aus der Handlung, der in dieser Fischfabrik arbeitet. Das ist so mit einer der, das ist eine mit der besten Stellen aus dem ganzen Spiel. Holy shit. Das ist ja fair, wenn man das nicht mag, aber wenn du dann sagst, es gibt so viele Spiele, die das irgendwie besser gemacht haben und dann gehst du zu einem, zu einem Titel, der was komplett anderes macht. Einfach nur, weil narrativ kannst du scheinbar alles miteinander vergleichen. Oder fucking Planescan Torment, Alter. Das sind doch vollkommen unterschiedliche Spiele. So, wenn du es vergleichen würdest mit anderen Titeln in der Art, wenn du sagst, oh, für mich haben die ganzen Sachen, hat ein Tacoma Gone Home oder sowas das irgendwie besser gemacht. Ich meine, wäre immer noch ein blöder Vergleich, weil genau die Dinge, die Edith Finch macht in, deswegen ist es ja auch so besonders, weil es eigentlich kein Spiel gibt, wie das. Es gibt eigentlich kein anderes Spiel, wie What Remains of Edith Finch. Weil das ist so, ob du jetzt die Umsetzung davon magst oder nicht, ist natürlich vollkommen subjektiv. Aber zu sagen, es gibt Spiele, die das besser gemacht haben und dann nennst du kein einziges, sondern nennst nur Spiele, die komplett anders sind und andere Dinge machen und zu sagen, Narrativ ist gleich Narrativ immer. Also das ist doch, das ist doch, sorry, aber das ist doch vollkommen dämlich. Ja, manchmal mag man irgendwas nicht und das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn man manchmal ein Video anklickt, mag man das nicht und dann geht man einfach wieder und lässt keinen Salz in seinem Weg zurück und geht dann zu einem neuen Video, wie hier und klickt und findet dann auch was. Boah, der Fremdscharm tötet mich. I'm sorry. I'm sorry. Oh Gott, nee, das kann ich einfach nicht. Ja, ich kenne, ich habe von so vielen Leuten, so viele Leute, die so richtige Fans von Skyrim sind und also die Hauptstory habe ich nie durchgespielt. Oder so Hauptstory, welche, ich kenne nur den Anfang, weil ich den spielen muss. So, das war es dann. Das ist auch immer, wenn ich, immer von Leuten, die irgendwie beispielsweise Fans von, auch von Fallout 3 oder 4 sind und wenn ich dann mit denen drüber rede, dann ist es eigentlich so, die Haupthandlung, ja, whatever. Ich habe einfach, ich bin einfach losgelaufen, habe alles Mögliche gemacht und oh, diese paar coolen Nebenmissionen und sonst was. Aber Haupthandlung, give's a shit. Wie ist meine Fantasy-Fan-Plan zu finish their first title? Warum sieht der Bruder dezent begifft aus? Das ist halt schon Bubatz vor dem, vor dem ersten, vierten legal. Ne, ich meine, es ist ja auch, es ist ja auch vollkommen fair, wenn du das, wenn du das Spiel nicht magst. Aber ich fand einfach nur gerade den, den, die Begründung und den Vergleich halt vollkommen unsinnig. ich mochte die in New Vegas, war aber auch high of Earth zu gehen. Ne, ich meine, die Haupthandlung in New Vegas ist, ich will nicht sagen, dass die, das Interessante an der, an New Vegas, an der Haupthandlung ist jetzt nicht die Handlung an sich, sondern das Interessante daran ist, wie du sie selbst, also in, in wie viele Richtungen das ja gehen kann und auf, mit, mit wie vielen Parteien, also wie viele Parteien du gegeneinander ausspielen kannst oder eben dann auch, äh, versuchst die, die eigene Route zu wählen ähm, und was für verschiedene Philosophien da eben auch aufeinandertreffen. Das ist halt super geil gemacht. New Vegas war, war hervorragend. Ich weiß nämlich noch, dass ich, ich hatte, ich hab, ich hab bis heute auch Fallout 1 und 2 nicht gespielt, die muss ich auch noch nachholen, aber ich weiß, dass damals das einzige Fallout, was ich gespielt hab, war 3 und ich hab mich sogar relativ drauf gefreut damals, weil ich das auch so bei der, äh, das war doch Games Convention, das müsste, glaub ich, das war die letzte Games Convention in 2008. Da hab ich dann auch so, war auf dem ganzen Preview-Event und so da drauf, boah, hört sich eigentlich alles voll geil an, hab mir das dann zum Start geholt, auch in diese Collectors, hier diese, ich wollt grad Bento-Box sagen, dieser Frühstücks-Box, äh, oder mittags, keine Ahnung, wie nennt man das? Schul-Box, Pausenbrot-Box, keine Ahnung, äh, hat mir das extra in der Edition geholt und ich glaub, ich hab's keine, ich hab's so nach 10 oder 15 Stunden, hab ich einfach vor Langeweile aufgehört. Ich bin, ich bin glaub ich nach, äh, was war das, in DC war das, ne? Irgendwie in die Hauptstadt rein, dann hab ich mich da drin irgendwie verlaufen, auf dem Weg den Radiotypen zu finden. Dann hab ich einfach aufgehört. Dann hab ich nachher nochmal versucht, das Ganze zu starten und ich war so, boah, nee, der Anfang, ich komm da nicht mehr durch. Das ist einfach viel zu langweilig. Und, dann hab ich New Vegas dann gespielt, als es rausgekommen und ich hatte mir auch schon Sorgen gemacht, so, ja, also mir hat jetzt halt Fallout 3 nicht gefallen, warum sollte mir New Vegas gefallen? Und das hab ich halt vollkommen verschlungen. Also da hab ich auch, ich hab jetzt nicht 100% gemacht in New Vegas, aber ich hab alle Hauptstory-Pfade zum Beispiel auch gemacht und einen Großteil der Nebenmissionen. Ähm, also ich glaub New Vegas hab ich wirklich so, ich würd mal sagen, 60, 70, 80 Stunden oder so zumindest gespielt. Ähm, und das war auch so der, der Moment, wo ich dann gemerkt hab, ja, also das ist, es ist einfach nicht das, das grundlegende Konzept von einem, von, äh, so einem First-Person-Faller oder so, was ich nicht mag, sondern es war wirklich die, die Qualität, hauptsächlich eben auch im, äh, im, im Writing, im Missionsdesign, im Level-Design, auch wie die RPG-Mechaniken genutzt wurden in New Vegas im Vergleich zum Dreier. Äh, und das hatte mich halt voll in seinen Bann gezogen, ja. Das hat für mich mit den Ernsten, nee, ich find das, ich find das hat, was heißt, was heißt spaßig, darzustellen, also, dass du hast ja, ähm, äh, gerade die, gerade die Szene in der, in der Badewanne, finde ich, wirkt einfach so extrem gut, weil du diese Gegenüberstellung hast, von dem, was du eben siehst, und dem, was passiert. Also, deswegen hat das, finde ich, einfach so viel mehr noch, äh, so viel mehr noch getroffen. Und hat einen dann nachher am Ende eben so, okay, holy shit, zurückgelassen. Dass, wenn es von vornherein da drauf getrimmt wäre, ähm, finde ich, hätte das eben nicht so gut funktioniert. Ich hab's 200 Stunden gespielt. Jesus Christ. es gibt wenige Spiele, die ich über 100 Stunden gespielt habe. Aber das liegt ein, das liegt nicht daran, dass ich, dass mich die Spiele nicht begeistern können so lang, sondern dass ich einfach zu viele Sachen spielen möchte. Das ist mein Problem. Es gibt einfach zu viele Sachen, die ich spielen möchte, und deswegen kann es kein Spiel geben, in das ich irgendwie 1000 Stunden reinsetze. Einfach, weil das dann 900 zumindest davon sind, die ich auf, auf andere Titel verteilen könnte. Und das ist mir persönlich dann einfach wichtiger, so mehr Erfahrungen zu haben, als dann irgendwie die eine wiederholt oder intensiviert, ja. Ja, ich meine, aber das ist ja nichts, was ich am Stück dann die ganze Zeit spiele. Ich weiß. Ich meine, okay, Resident Evil 4 hab ich garantiert über 1000 Stunden gespielt, aber das hab ich halt gespeedrunnt damals. Das fand ich, das war was anderes. Evil Within 1 hab ich jetzt keine 1000 Stunden gespielt. Ich hab garantiert 200, 200 bis 300 Stunden drin, das würd ich schon sagen. Über die ganzen, über die ganzen Streams auch hinweg. Und die verschiedenen Versionen, auf denen ich das gespielt hab, würd ich schon sagen, so zwischen 200 und 300. Aber ich glaub, das Einzige, wo es über 1000 sein könnten, ist halt Resident Evil 4, aber es liegt halt daran, dass ich's gespeedrunnt habe, mal ein Jahr lang oder so, ja. Ich mein, ein Durchgang von Evil Within 1 für mich braucht, also selbst wenn ich 100% mache, dann dauert das vielleicht 10 Stunden oder so. Und wenn ich einfach nur durchlaufe, dann bin ich da relativ schnell, schnell durch. Das heißt auch, wenn ich jetzt eine neue Version oder so anfange, also da hab ich maximal 200 irgendwas Stunden oder so drin in dem Ding. Aber ich find, das ist für ein Spiel, was halt 15 Stunden bei einem ersten Durchgang lang ist, relativ viel. So. Um da auf 100 Stunden zu kommen, musst du schon einiges an Durchgängen machen. Aber ja, äh, gut. Äh, ich hab noch so knapp bis 10 Zeit.